ja moin dies ist eine ankündigung modern würde man heute vielleicht von teaser sprechen denn am montag den dritten oktober also jetzt am feiertag um 19 uhr gibt es einen live stream mit mir auf dem kanal von julia mit der ich ja schon mehrere live streams auch gemacht habe die wie er dahin kommt müsst ihr einfach nur dann auf die youtube adresse gehen den link gehen den ich hier unter dem video die ich unter dem video schreiben werde oder auf meiner webseite www.gizu.de da steht es oben auch und dann könnt ihr einfach um 19 uhr oder kurz vor 19 uhr wenn ihr zeit habt ins live ins video kommen und fragen stellen mit diskutieren dabei sein live das thema ist diesmal nicht primär die astrologie obwohl sie vielleicht auch zum tragen kommen wird sondern es geht um den spirituellen weg und seine herausforderungen und in dem bereich kenne ich mich gut aus weil ich ihnen ja auch schon sehr sehr lange gehe und auch viele dieser herausforderungen tja vielleicht noch nicht gemeistert habe aber ihnen begegnet bin und da wird es bestimmt eine menge an stoff geben worüber wir sprechen können mit julia und mit euch wenn ihr wollt wer es nicht schafft oder nicht live dabei sein kann oder davon erst im nachhinein erfährt der hat aber auch die möglichkeit dann das video auf julias kanal die den link zum kanal gebe ich auch mit an hat da die möglichkeit das video auch im nachhinein sich dann noch anzugucken kann aber dann natürlich nicht mehr live kommentieren oder fragen stellen also würde mich total freuen wenn einige von euch live dabei sind je mehr live dabei sind desto höher ist auch die energie freue mich darauf und ja viele von euch weiß ich ja gehen ja den spirituellen weg und sind da bestimmt auch schon manchen herausforderungen problemen hindernissen begegnet und das glaube ich kann für viele von uns ganz interessant sein also ich wünsche allen die das jetzt noch sehen einen schönen freitag ein schönes wochenende und dann vielleicht bis montag 19 uhr bis dahin und tschüss